Wir kommen zurück bei Kamen und Flexi. Wir haben die krasseste Community. Ihr habt es euch nämlich wieder gewünscht. Wir konnten euch doch hoffentlich gerade erschrecken, oder? Und so wird auch das Video ein richtig gruseliges Video. Ihr habt es alle in den Kommentaren geschrieben. Wir sollen uns hier so ein krankes Video angucken mit Amber, bei der es zu spät ist, Leute. Um 3 Uhr nachts. Was da wohl passiert, seht ihr jetzt. Okay, Amber? Es geht um Amber. Nein. Was? Das hatten wir auch schon mal. In dem Video geht es darum, dass Amber ein Haus von ihrem Onkel vererbt bekommen hat. Sie hat dieses Haus nur einmal besucht, da sie beim ersten Mal gleich Schatten gesehen hat. Geister, Mann. Faxi, glaub ich... Ich glaube, irgendwas gehört hat. Sie ist auch nie mehr zurückgekommen anscheinend. Und sie hat irgendwie ein Beweisvideo hinterlassen. Und das schauen wir uns jetzt weiter an. Alles klar, das ist Ambers Handykamera. Ah! Oh mein Gott, Faxi. Sieht aus wie eine Frau. Da oben. Ja, ja, warte. Ist es Amber oder... Warte, man hört doch was. Bewegt. Was geht hier ab, Leute? Habt ihr das gerade gesehen? Das war doch eindeutig ein Schatten, Mann, Alter. Ich bin ganz ehrlich. Ich hatte gerade echt Angst, dass das Schatten mich anspringt. Das ist ein Bitschiff, komm, ey. Also mich anspringt so. Krank, ey. Schauen wir weiter, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Der Typ ist im Haus. Es ist 22 Uhr 28. Amber soll in 11 Uhr kommen. Der Typ ist richtig cool drauf, Mann. Was geht bei dem? Das sind die Geisterjäger. Das sind die Geisterjäger. Schauen wir mal ab, was hier abgeht. Wo ist sie hier? Ich weiß, sie ist behindig. Sorry, es ist Amber. Amber ist da, Leute. Ja, aber wäre der Geist oder sie? Es ist Amber. Okay. Ja, ja. Aber sieht schon aus wie ein Geist, Amber. Ist sie öffnbar? Sie hat was... Ich glaube... Alles cool. Ah, okay. Ich dachte schon. Oh, 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 oh. Okay. Mann, die ist ja mal mega unfreundlich. Was geht denn? Ich wollte gerade sagen, der Hallo ist ja gar nichts. Oh, 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 oh. Okay, cool. Sehr wof, kack. Leute, Leute, Mann. Ich glaube, die ist verflucht. Kann das sein, Mann? Weil keine Antwort so... Vielleicht hat sie selber keinen Bock in das Haus zurückzukehren. Okay, Amber, thank you for coming over the talk. Ja, no problem. So, can you tell us more about what happened when you went into that house? Okay, jetzt erzählt sie hier die Geschichte, was passiert ist mit dem Onkel. Von dem Letzter ein Jahr hat sie es vererbt und sowas. Dann war sie auf dem Grundstück, hat sich das alles angeguckt, so. Hat diesen Geist gesehen, etc. PP, Leute. Man, richtig heftig. Und jetzt sind sie gerade auf dem Weg zu ihrem Haus. Von dem Onkel damals. Von dem Onkel, was uns da erwartet, Leute. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst jetzt ein kostenloses Abo hier auf unserem Kanal. Und einen Daumen nach oben für so ein gruseliges Video. Okay, ihr seid bereit? Sie wollen reingehen. Gehen wir rein? Gehen wir rein? Ja, 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 pass auf. Wir nehmen die Kamera an mich. Aber das ist der Eingang. Wie sehen wir den Eingang ziemlich spooky aus? Aber ist okay. Eine weiße Türe. Ganz normal, klassisch. Wollte ich gerade sagen. Alles okay? Können wir leider nicht riechen. Es stinkt aber. Ich stelle jetzt Kameras überall im ganzen Haus auf. Wir wollen den Geist einfallen. Fünf echte Geiste aufgenommen auf Kamera und so. Die Saats. Man weiß nicht, ja? Kameras sind aufgebaut. Im Keller sozusagen. Auch eine Kamera aufstellen. Man weiß ja nie, was im Keller passiert. Check. Kamera sitzt. Kamera im Schlafzimmer ist auch aufgebaut. Perfekt. Alle sind da. Schlafzimmer. Da ist ein Bett, wo niemand drin ist. Nichts kann passieren. Sie versichern es nochmal, Alter. Ach, der schläft jetzt, Alter. Er ist krank. Heftig. Der übernacht. Aber mit der Kamera, weil jeder sieht, was passiert. Okay, die gehen beide da schlafen, Alter. Heftig, Leute. Ich würde das nicht machen. In so einem verspuckten Haus, Alter. Gar nicht. Das weißt du doch noch. Schlafen alle, selbst Amber. Guckt mal, hier ist Amber. Warum nicht? Wir könnten auch in so ein Haus gehen und einfach dort schlafen. Übernachten sozusagen. 24 Stunden im Horror raus. Warum nicht? Könnten wir machen, ja, natürlich. Sollen wir es mal machen, Leute. Sollen wir es machen? Siehst du, irgendwas passiert. Man sieht die Gänge. Man sieht sie schlafen. Alles normal. Hey, ich verstehe nicht, was du meinst. So, hier ist nochmal Amber. 1 Uhr 54. Was passiert da? Vielleicht passiert erst in der Stunde was. Es ist erst 1 Uhr 54. Alter, Alter, Alter. Hör mal rauf, Lex. Könnt ihr das? Ihr, gerade, wo ich die Hinschau gerade nicht passiert. Hä? Was ist sie weg? 100% schreibt in die Kommentare. Ich habe hier was gesehen. Es war eine Frau. Ich habe es auch gesehen, Alter. In einem weißen Outfit oder so. Alter, geht's an. Was geht hier? Jungen haben mich... Da war eine... Da, genau da. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Das ist krank. Okay, das war... Das ist eine Frau. Was habe ich gesagt? Ist es Amber? Das ist nicht... Nein, es ist nicht Amber. Die wackelt mit dir... Weil Amber schläft doch in dem einen Zimmer. Scheiße. Aber überleg mal, die läuft... Guck, das ist Amber. Ja, 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 ja. Die geht jetzt zu Amber, oder? Aber schau mal, wie langsam. Nicht schnell. Die singt. Das singt bei irgendeiner Melodie und du weißt, das sind die krankesten. Ey, guck mal, was geht bei dir ab, Alter. Die chillt da mindestens acht Minuten auf der ganzen Stelle. Die läuft barfuß, Alter. Barfuß. Es geht ein Buckel wie Klöckner, Mann. Die sind jetzt alle aufgewacht und checken jetzt ihre Aufnahmen von den Kameras, die sie aufgestellt haben. Die wird einen Blitz treffen, wenn sie das sehen, Alter. Wir haben es schon gesehen, es war eine Frau. Ey, ich bin mal gespannt, auf die ihre Reaktion. Sie wollen jetzt anschauen. Das sind die beim Schlafen. Genau. Richtig krass. Normal, jeder schläft halt, wie er schläft. Ganz normal. Okay. Sie schläft, Amber. Das ist der Gang. Da war aber die Frau. Stimmt, die spulen jetzt dahin vor, wo die Geräusche kommen und es war hier. Da. So haben wir auch reagiert, gerade eben. Falls nicht, spult zurück und schaut euch nochmal unsere Reaktion an. Leute, Mann, der Geist ist krank hier. Heftig. Was? Die verbringen jetzt nochmal eine Nacht dort in diesem Gruselhaus? Vielleicht sind sie das tun, Mann, alle. Alter, aber guck mal. Nach den Aufnahmen würde ich nicht noch einmal in das Haus gehen. Die zweite Nacht auf gar keinen Fall, Leute. So eine Scheiße würde ich niemals machen, Alter. Die schlafen nochmal die Nacht dort. Die haben ja Bord auf Stil. Ich würde sagen, einmal und nie wieder. Bei so einem Horrorhaus. Vor allem, die haben es gesehen. Die Kiste lassen sie stehen und diesen Tropf oder was auch immer das ist. Die wollen es echt wissen, Alter. Andererseits ein bisschen Reiz ist, wer ist diese Person, die dort durch die Flure schleicht? Ja, wahrscheinlich wollen sie die irgendwie attackieren oder so. Die wollen ja der Verletzter. Da ist sie, da ist sie. Immer wenn ich dich angucke, vielleicht mal. Dann hör auf mich anzuschauen, Mann. Was ist das, Mann, Alter? Aber, die geht wieder zu ihren Requisiten, was auch immer, zurück. Das Gute ist, die haben jetzt eine Kamera in den Raum aufgestellt. Das haben sie da vornehmlich nicht, Leute, Mann. Das ist sehr wichtig. Hä? Die war doch gerade noch zu, die Box. What the fuck? Okay, aber alle schlafen noch. Das heißt, die hören nichts. Hörst du was im Schlaf? Guck mal, es ist 4.15 Uhr, Mitternacht, Alter. Okay, da höre ich auch nichts. Nach 3.80 Uhr ist Ende Gelände. Wow, wow, wow. Okay, aber... Hä? Das ist creepy, Mann. Ich hol da was raus. Ist das eine Gasflasche? Was ist denn das? Was? Hä? Alles mit Folie? Siehst du, was ist denn das? Leute, Mann, die arme Ember, Mann. Die arme Ember und die vererbtes Haus, Alter. Es ist nichts mehr wert, wenn ein Geist rumläuft die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das Haus haben möchte. Wow! Warte, da steht was, da steht was! Leute, da steht, helft mir drauf, auf Englisch, help me! Diese Frau ruft doch Hilfe, Mann! Was geht denn jetzt ab? Vielleicht ist das gar kein Geist, oder... Aber sie braucht Hilfe, ich meine... What the fuck, Alter. Alter, wie krank ist das? Vielleicht ist Ember der Psychopath und die Ember hat sie getötet und sie braucht jetzt Hilfe, Mann. Dieser Geist. Lass auf! Was ist das? Es geht nur Horn, oder was? Flexi, Mann! Was machst du, ey? Was ist hier los? Leute, wo ist meine Kopfhörer? Ey, was geht... Was soll denn das? Warum bin ich jetzt komplett nass, Mann? Ey, ey... Du hast doch nicht trinken bei einem so krassen Video. Ja, das wusste ich gerade. Das war die Frau, die Hilfe wollte. Ey, komm, wir schauen sie mal. Und da kam er in zwei Met... Nochmal wiederholen, ey. Nein, ich will wissen, was geht... Weil der ist ja zwei Meter, zwei Meter! Oh, du Horn, Alter. Was geht denn jetzt ab? Der ist... Aber schau mal, die... Alter! Der ist zwei Meter und kann laufen, Usain Bolt. Willst du mich verarschen? Ey, scheiß... Alter, willst du mich ver... Das sind Kellerräume, das waren... Alle Theorien, die ich aufgestellt hab, Mann. Ja, aber schau! Der Große, dieser... Der ist nur im Kellerraum aufgetaucht. Jetzt reagieren die drauf, ich muss gucken, was sie sagen, was sie sagen. Ja, ganz normal. Help me, die werden jetzt ausrasten. Dude, okay, okay. Die haben ja auch gerade gesagt, aber jetzt kommt das krasseste vom ganzen Video. Jetzt kommt dieser Gildo Horns rein. Klar, sie hat Angst. Sie braucht Hilfe. Okay. Aber jetzt hier. Wow, wow, wow. Das ist so krank, ey. Bro, was ist das denn? Was ist das denn? Der... Der ist... Zwei Meter? Ich denke, das Erste, was sie sagen, ist... Komm, wir müssen nachgucken, woher das Ding kommt. Alter, niemals. Junge, was geht bei dir ab, Alter? Ihr bist ja flexis klein. Geisteskrank, Alter. Die gehen jetzt in den Keller, Mann. Die gehen jetzt echt in den Keller. Aber ich bin mir sicher, da ist nichts mehr jetzt. Meinst du, das kann man nur auf Kamera sehen? So was, ey, wenn man sowas nur auf Kamera sehen kann... Aber viel zu spät. Die gucken erst die Aufnahmen an, dann gehen sie runter. Ich glaub, da ist nichts mehr. Ich glaub, da ist nichts mehr. Hört ihr das? Ich weiß nicht mehr, Ember oder die Frau. Oder der Geist. Der Hilfe kommt. Oh, jetzt haben die Langsaphanie, die verfallen, Langsaphanie. Ember ist weg. Warte. Sie ruft nach Hilfe, Mann. Sie ruft nach Hilfe. Ja, aber wo ist sie? Ich hab keine Ahnung, Flex ist irgendwo in einem Horst versteckt. Vielleicht wird sie... Scheiße. Sie hat Angst. Okay, sie wurde also eingesperrt, Flex. Sie meint, sie wurde ein... Er war von... Oh, 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 oh. Die rennen jetzt raus. Alter, der ist nackt. Bitte, Alter. What the F? Was ist das? Raus, 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 raus. Okay, Alter, das Reichwecks. Sie haben es geschafft, Mann. Wie er ist. Outro